Das sind die besten Flip the page, time passes, strangely quiet Ich glaube das Spiel hat gewonnen, dass du beim ersten Durchlauf verkackt hast. Das ist eine Visual Novel, da kannst du nicht verkacken. Wow, die ist eingeschlafen. Wirklich. Überhaupt nicht creepy as fuck oder so, nein. Die Musik ist gut. Oh jeez, Natsuki, are you okay? Nee, ich glaube sie ist kaputt. Sie braucht einen Bugfix. Hier. Proteinbar. She throws it in, okay. She snatched the buff run before I immediately need the tears of the wrapper. Okay. Natsuki is kaputt. Yeah. History. Let's see, what did she say? She doesn't even finish your sentence before stuttering into her own mouth. Don't worry. Don't worry. She's fine. It just happens everything. She's fine. Nothing wrong. Everything is fine. Anyway. Okay. Ich dachte halt, da ich quasi ein vorigen Playthrough Yuri hatte, kommt irgendwas anderes raus. Aber hey. Sie hasst es. Würde mich nicht wundern. Ich kann gleich gucken, ob ich da noch irgendwas anderes klicken kann. Habe ich gerade gar nicht darauf geachtet. Sind Juris Bubskleiner? Nein. Hättest mal den Brief ordentlich gelesen. Was? Überprüfe mal deinen Speicherstand. Was willst du von mir? Cool. So ein neues Spiel gestartet. Ja und? Ich sehe euer Problem nicht. Alle Saves sind weg. Ja und jetzt? Wo ist gerade euer Problem Chat? Was los? Ich meine eine Haunted Version des Spiels zu spielen ist eh viel lustiger. Aber das ist literally dieselbe Poem. Ich habe nicht mal die Idee gehabt zurück zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist quasi all das f***ing same s***, wir haben vorher schon gehört. Der Oli Stimmt aber wenn sie deleted wurde, hätten sie auch aus dem Safe raus sein müssen. Ja, sie ist ja quasi komplett raus. Fuck Monika. Okay. Hi Hilde. Not literally. Achso. Anyway, time to share problems. I can not fucking click skip Y. Oh, das ist Screenshot. Loll. She is a crazy hoe. Bitte was, Ravi, please. Wo sind sie eine crazy hoe? Oh. Guck mal, da ist wieder das gute alte Glory-Hole. She just needs love. I don't know. Ich meine, sie ist Girl Nummer 2 hinter Juri. Girl Nummer 2. Yeah, she is like Backup-Waifu. Backup-Waifu, yeah. She is Backup-Waifu. Aber spring doch nicht die Briefe. Es sind literally dieselben Briefe, die wir schon mal gelesen haben. Ich hab die da nicht übersprungen. Aber warum soll ich zweimal denselben Kram lesen? Zumindest das, was ich bisher gesehen habe, waren beide genau dasselbe. Don't call it Schnitzel. Vielleicht ist es doch nicht derselbe Kram. Von dem, was ich gelesen habe, ist es dasselbe. She likes the poem. Nee, müssten Pi-Ma-Daumen dieselben gewesen sein. Ich bin gerade aber überlegen, ob in Juri's nicht ein ganzer Absatz gefehlt hat, aber müsste passen. Monika is creepy. Monika is not Bae. Monika is not Waifu. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Monika spielt so einen, soll so einen Übercharakter darstellen, der alles weiß. Auch dass Sayori gelöscht wurde. Wetten? Eagles can fly, monkeys can climb, quick and skalid, forces can rise, people great. Es ist original dasselbe. Warum soll ich das nochmal lesen? Das ist halt was, was ich nicht verstehe. Aber das ist absolut dasselbe wie vorher. Cute poem, cute music. War die Eule letztes Mal dran? Ja, die Eule war letztes Mal mit drin. Oldskan Seek war mit drin. Monika is writing something in the notebook. What's with this language? Richtig. Ja, jetzt gehen die sich ja gegenseitig an den Hals, weil die ja so verschieden sind. Die Musik ändert sich die ganze Zeit, wie bescheuert. Die Musik ändert sich die ganze Zeit, wie bescheuert. Excuse me, I'm the fucking Yuri bitch, I have the greater tits, I have the greater tits, I have the right, I'm right. You, you, you left. Die Musik ändert sich die ganze Zeit, wie ihr habt. Die Musik ändert sich die ganze Zeit. Jetzt wird alles klar, Monika, auf der Death Note. That's it. That's probably the answer. Natürlich habe ich... Weißt du, Richard, wenn es dir nicht passt, geh. Ich habe den scheiß Brief gelesen. Meinst du, ich kann mich daran erinnern? An den fucking Brief, den ich vor fucking vier Stunden gelesen habe. Really? Was ist das mit meinem Spiel? Ist doch alles vollkommen normal. Ihr habt einen Schaden. Ich meinte, den Freund, den du weggedrückt hast. Ich habe überhaupt keinen Brief von ihr weggedrückt. What the fuck? Wow, 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 wow. Nice skip game. Wir nehmen, Richard. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Yuri? Okay, sure. Let's go. Fick dich, Monika. Weißt du, klick, klick, klick. Hi, ich bin Monika. Kennen Sie mich? Ich bin das Tutorial. Ich glaube, du sollst einen Azuki nehmen. Nope, ich habe trotzdem Yuri genommen. Ähm, hey Hilde. We, we step outside. Wie wäre es, wenn du dich an die Game-Regeln hältst und dich hinter die fucking Box setzt? Sorry about that. They really shouldn't have tried to get you involved. It's probably better for us to stay out of this. We'll go inside once they're done yelling. Ha, 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 ha. Kein Geld. Misshandlung durch Vater der Schokoriege von Monika. Sayuri ist 18. Die Antwort ist unter Ernährung. Gratulation, das, was du gerade sagst, ist aus den Fingern gezogen. Weil die Antwort ist nicht unter Ernährung. Außer du spoilerst gerade. Weil es ist nicht unter Ernährung. Just saying. Some president I am't. I can't even control my own club member properly. I can't just wish about the ability to live more. Außerdem haben wir den Satz, außerdem haben wir den Brief mit dem Vater gelesen. Just Sayan Jin. Wenn du währenddessen ja einen auf Natsuki runtergeholt hast, kann ich da nichts für. Oh, Natsuki kommt. Hi. Oh, sie weint. Natsuki, nicht Sayuri, my bad. Naja, dafür müsstest du das Bonus-Poem aber zuerst mal Natsuki zuordnen. Nuri ist zurück in Black and Forth World. Ich meine, dass... Ich meine, klar, sie war hungrig und unter Ernährung und ist deswegen zusammen... Es ist hier Kreislauf zusammengeklappt. Ja, schön. Aber das hilft ja nicht. Wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Können wir vor-scrollen? Fuck, können wir nicht. Shit, egal. I didn't mean it, I believe you. I have no idea what Yuri might have said to Natsuki or that Hilda. Please don't hate me. Please. I'm not like this. There's something wrong with me today. Ja, das ist wieder der Zebe before her. Completely. Anywhere the meeting is over, you can go home if you want. Yuri looks at me like she wants to say something. But she keeps glancing at Monika. You can go first, Monika. Mhm, 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 mhm. Juri ist Vice-President jetzt. Okay, Juri hat also die Stelle von Sayuri übernommen. Ja klar, Natsuki wird das total vergessen haben. Kein, garantiert nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt nicht Wörter für Yuri nehmen. Und absichtlich Natsuki ficken. Also, im übertragenen Sinne. Macht das Sinn? Das hat Natsuki also vor. Kann das sein, dass ihr Face extrem weird aussieht, wenn sie springt? Aber never mind, sah nur so aus. So blöd es klingt, ich will einfach das Schlimmste quasi forschen. Ich will es jetzt einfach forschen. Das Gesicht springt. Tut's? Sie hat vorhin total gegrinst. Okay. Welcome. Ähm, Yuri, du solltest zum Arzt gehen. Du siehst nicht mehr so gesund aus. Definitiv würde ich da mal, äh, den Doktor irgendwie. I'm not sure if it's me. Oder if it's Yuris expression. Ja, sie hat ein bisschen abgenommen, ne? But the weight of yesterday's Krabble ist still. Ja, ja. Oh, oh. Oh, hi. Hi, Yuri. Hi, Yuri. Ah, guck mal, jetzt ist nur das wichtigste. Ja, vollkommen. Everything is a little bit brighter with you around. Und, sure. Die Musik hängt mich ein wenig an Pikmin. Bisschen. Ganz, ganz, bisschen. What am I saying? I'm a fucking bitch. Have you guys seen Monika? Äh, nö. Und noch nicht. Man, Yuri, I'm guessing you haven't either. Yuri is clearly taken away. Okay. Monika, who's dead? Why are you looking at me like that? About yesterday. I just wanted to apologize. I promise I didn't mean anything. What the heck are you talking about? Did you do something yesterday? Okay, whatever's on your mind, I'm sure it was nothing. Okay, sure. I don't even remember anything bad happening. That isn't creepy. You're the kind of person who worries too much about the little things, aren't you? Lass mich meine History unklicken. But I will sext you a politician anyway, it helps you feel better about it. Monika has a lot too much power. Because she was like, ah, she would have forgotten everything. What is it? She had forgotten everything. That's not cool. That's not cool. You're still on trial. Suddenly the door swings open. Sorry, I'm super sorry. I didn't mean to be late. Monika gleich HAL 9000 confirmed. Maybe. What took you so long? Well, my last... TREK OF TIME by PIANO, right? Mm-mm-mm-mm-mm... ... 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 So als ob ich es nicht lese. Keine Sorge, ich lese immer noch mit. I'm working on writing a song. Jetzt schreibt sie plötzlich ihr eigene Songs. War vorher auch anders. Weird. Okay, das ist Pima Daum dasselbe. Monika ist nur Girl 2, weil sie die zweitgrößte Brust hat. Meint ihr echt, Monikas Brust ist kleiner als die von Yuri? You sure? Ich glaube, die tun sich nicht viel. Hilde, ähm, since you complimented me in such good mood, I was wondering if you would like to spend some time together? Sure, I mean, in the club. Zeit in Club Party machen zu gehen. Kleinen Moment, das ist mein Handy. Kleiner tribal. Kleiner distillanne Amen. 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 Es ist mal wieder da und es kann sie raus von Body click, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Okay. Das Ding ist, es ist halt ein bisschen weird, dass im Grunde genommen das Spiel in 5 Stunden Intro hat. Oder 4 Stunden, keine Ahnung. Oder 4,5 Stunden. Aber das Ding ist, ich will jetzt nicht aufhören. Ich will eigentlich weitermachen. Das ist halt nervig. Achso, ich bin im falschen Fenster. Das ist ein komischer Satz für sie, zu dingsen. Ähm, sorry, ich bin wieder da. Lass mich einfach so gehen, weil ich kann mich nicht mehr anrufen. Ich habe zu viel Idee, aber es geht nicht so, ich kann auch. Cool. Die 4 Kommerspiel sind, glaube ich, auch einfach dafür da, eine unschuldige Datings im Atmosphäre aufzubauen. Ja, ich glaube, die 4 Stunden sind einfach, damit du dich so ein bisschen mit den Charakteren auseinandersetzt. Ja, ich habe mal ein anderes Shirt an, weil ich habe eben festgestellt, dass ich die übelsten Schweißflecken hatte unter dem anderen. Deshalb. Nur dasselbe Brillen gestellt hatte, nur ohne Rahmen am unteren Rand. Das hier ist, weiß ich nicht. Das ist ein relativ billiges Brillengestell gewesen. Diese is over there. Okay. Heute ist irgendwie schwülwarm. Heute ist echt schwülwarm. Das Ding ist, ich konnte halt auch das Fenster nicht aufmachen, weil irgendwelche Kinder meinten den ganzen Mittag irgendwie irgendwie... I-Irg-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Okay, lass weitermachen. I don't see any problem. Warum ist sie... Sie hat ein... Bild ich mir das ein oder hat Juri jetzt einen anderen Charakter als vorher? Let's find a place to sit. I'm being a little forceful, aren't I? I'm sorry. I'm not just one pointing for some reason. I need to try calm down. Won't be able to focus like this. Take your time. Filter mal das Grün aus der Kerne, da siehst du aus wie ein Zombie. Ja, das Problem ist halt, dass mein Licht hier total scheiße ist. What's the story about anyway? To write a book, Portrait of Markov. Okay, das ist das selbe wie vorher, oder? Das ist anders als vorher? Vorher war's. Da ging's um Girl. The people trapped have tried and turned them into killing machines with lust for blood. Was the facility got even worse, and they started selective breeding people by cutting off their limbs and effects with them too? Might be a bit of a spoiler, but anyway, I'm really into it. The book I made. Deswegen meinte ich auf die Texte achten, ich achte doch auf die Texte. Not the thing about the limbs. Ja, ich bin nicht so into limb-kiting. Ja, ich bin nicht so into limb. Die ist ein Zebra. Das ist nicht das, ich bin nicht so into limb. Ich hoffe, es bleibt ein Zebra. Ich habe es nicht so einen Zebra. Ich hoffe, es ist wirklich so. Ich habe es nicht so. Ja, das ist ein typischer Sayuri-Satz. Definitiv ein typischer Sayuri-Satz. Wow, 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 wow. But because the world is full of horrible creatures, we are worthless. Then, sadly... I'm rambling, aren't I? Not again. I'm sorry. Okay. Okay. Is there anything? Well, I guess it's alright then. But I feel like I should not have this problem. Oh. Okay. I hate him. Oh. Oh. Don't see this, oh. Oh, oh. 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 Amen. Ich glaube auch nicht, dass Sayori gelöscht ist, sondern eher, dass Sayori uns hauntet oder einige Charaktere hauntet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Yuris Charakter ist definitiv anders. In fact, I might as well start reading the world. Yup. Sie hauntet Charaktere. Let's find if I sit here, right? Ja, sure. Jetzt kommt gleich die Szene, wo sie quasi näher zusammenrücken. So, something I'm not used to. Das ist quasi wieder ein Reading in Company. Ich hab weggeguckt, weil du hast nur so ein kurzes Image flattern gesehen. Was? 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 Das ist so schnell, dass man das nicht lesen kann. Womit war sie am baden? Oh shit, ich habe Low Latency an Reib, d.h. ich kann nicht meine eigenen VODs angucken. Let me look, let me look if I can watch my own VODs, cause I want to know what this was. Let's see, let's see, that was BAB, let's see, let's see, that was BAB, let's see, goddammit, alter, das ist, ne, ich glaube der VOD ist noch nicht weit genug, ich hab's, Moment, gib mir ein Link, stimmt, oder ihr könnt einfach klippen, klippen geht auch, klippen ist glaube ich sogar einfacher, aber ich glaube ich komme gleich an die Stelle, das Problem ist halt, dass das Fenster bei mir so klein ist, dass ich nicht äh, er war's, und ich lass jetzt einfach meinen eigenen fucking Scream nebenher laufen und bin ready for fucking clips, dieses Spiel, weißt du, so 5 Stunden boring as fuck, oh hier ist es, let's see, let's take you to, da, 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 da Ich war nur barfing in das Gefühl von deinem Körper-Heat. Okay, cool. Ach shit, ihr seht das nicht, deshalb. Immer noch der Meinung, du bist nicht in der Story. Ich weiß nicht, jetzt ist so der Punkt angekommen, wo ich das Game mag, bin ich ganz ehrlich. Einfach weil es jetzt viel mehr Interactive ist als vorher. Vorher ist es so, du sitzt hier und liest und jetzt ist es halt wirklich so ein Shit. Und das ist zehnmal besser. Okay, das weiterspielen. Cute Game. Definitely Cute Game. Now it's a Cute Game. Vorher war es Doki. Vorher war es relativ langweilig, aber jetzt ist es ziemlich gut. I like it. Oh mein Gott, 40 Sekunden. I don't really meant to, sorry. Irgendwann. Das geht mir so vom Keks heute, ey. Ich bin ganz ehrlich. Stopp compromised, aber jetzt in Sitz. Und das war jetzt immer noch ganz. Ich bin ganz ruhig mit ihr, schüttet und langweilig. So, ich bin ganz ruhig mit ihr. Ich bin ganz ruhig mit ihr, ich bin ganz ruhig mit ihr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Holy Moly! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube, der letzte Satz hier ist anders. Nicht schlecht, oder? Ja, es ist gut. Es ist gegen Spiders. Everybody hates Spiders. I was just warming up, I hope you didn't think that it was best I could do, of course, of course not. Anyway, the message is pretty straightforward in this poem, I hope they didn't explain it. Like anyone would agree that the subject with the problem is an ignorant joke. Everyone has some kind of weird hobby or a guilty pleasure. Sounds like if you are afraid of people fighting, make fun of your thinkler somewhere. Because I didn't know how to do it, I think it was a little bit of a joke. I don't know how to do it. I can't believe it. Oh my god, she's so fucking son-and-law. I don't know how to do it. You know, I don't know how to do it. Oh my god, she's so fucking son-and-law. Oh, richtig, ich respektiere Juri mehr. Cool. It's not that I like you or something, Barker. Das ist natürlich super, dass es jetzt bei mir draußen angefangen hat zu regnen und zu blüpfen, was der Atmosphäre von dem Spiel natürlich vollkommen hilft. Und zwar heftig. Okay, Juri. I've been waiting for this. Let's see what you're writing up today. Did I like it? Hilde? How did you pick us again? That's the same. Good job, I tell you. Let's reden hast du ja unsinnig und weiter zu spielen. Das macht keinen Sinn, aber okay. I really wanted to give you a bit more imagery. Ah, that makes me so happy. Ihr Charakter ist vollkommen anders als vorher. Vollkommen anders. Hat sie gerade ahahaha gesagt? Das ist ein komplett anderes Poem. Komplett anders. Das ist interessant. Sehr interessant. Das sieht man in Sekunden. Das kann doch keiner lesen. Ja, es ist keiner hart zu lesen. Da ist was dran. Vorlesen. Gleich. Moment. 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 Okay, let's see, wheel, a rotating wheel, turning and axle, grinding, bolted, linear gearbox, falling sky, seven hold steaks, a dog chip, a portal to another world, things not tied to a thick rope, a tour harness, parabolic gearbox, expanding universe, time controlled by slipping cockwheels, existence of God, swimming with open water in all directions, drowning, a prayer written in blood, prayer written in time-devoering snakes with human eyes, a threat connecting all living eyes, a kaleidoscope of holy stakes, exponential gearbox, a sky of exploding stars, God disproving, sort of disproving, God disproving the existence of God, a wheel rotating in six dimensions, 40 gears and a ticky clock, clocks is tickled one second for every rotation of the planet, clock that ticks 40 times every ticks every second, a bolt head of holy stakes tied to existence of a dog chip to another world, kaleidoscope of blood written in clocks, a time-devoering prayer connecting a sky of 40 gears that open human eyes in all directions, briefing gearbox, briefing bolt head, briefing ship, briefing portal, briefing snakes, briefing God, briefing blood, briefing holy stakes, briefing human eyes, briefing time, briefing prayer, briefing sky, briefing wheels, reminder to brief, jump scares going to scare, I am not sure, ah hahahaha.